Hast du's? Ja oder jetzt ja. Jetzt kühlchen, ne? Die reinigen sich dann nachher wahrscheinlich ein bisschen von dem ganzen Wiesentreck und Zecken und sowas. Also super, was glaubst du, was die Kühe und Kölle machen? Oder die Schweine, die liegen durch die Schweine. Einmal runter. Wie ist die denn schwelle? Wie? Wie nicht. Juhu. Wieder aufziehen. Die liegen sich in den Schlammwäscher. Wie findest du nochmal die Wiese, Emil? Wie? 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 Wie?